Die FIFA so, hey, wollen wir eine blaue Karte einführen? Hey, wollen wir das Abseits irgendwie verändern? Hey, wollen wir mal die Tore vergrößern? Und keine Ahnung, gefühlt kommt die FIFA jede zweite Minute mit irgendeinem Scheißvorschlag. Und dann dachte ich mir mal, weißt du was, ich reg mich darüber immer auf. Ich mach's jetzt einfach mal besser in Videoform und damit HalloNetsYou.com hier auf dem Verlorsche Studio Kanal. Da nehm ich meinen Mund auf jeden Fall schon mal richtig voll. Ihr könnt's am Ende bewerten, ob die Vorschläge geil sind oder nicht. Auch hier schon mal Disclaimer, es wird dazu einen Zweiteiler geben, also einen zweiten Part. Der wird dann ca. eine Woche erscheinen, wenn da keine krasse Breaking News oder so dazwischen kommt. Aber fangen wir erstmal an hier in dieser Folge mit 5 Vorschlägen, was der Fußball unter anderem von der NBA lernen kann. Und wir fangen mit der ersten Änderung an und zwar Netto-Spielzeit in der Nachspielzeit. Guckt mal Leute, auch das war schon mal ein Vorschlag der FIFA. Hey, lasst uns die 90 Minuten ausradieren und nur noch 60 Minuten spielen, dafür aber Netto. Was ich komplett dumm finde und meiner Meinung nach jeder, der sowas vorstellt, hat keine Ahnung vom Fußball und will einfach den Fußball zerstören gefühlt. Aber warum sage ich, ich bin absolut dafür, in der Nachspielzeit eine Netto-Spielzeit anzuführen? Aus einem Grund. Ich finde, Zeitspiel und Co. und dieses Spielchen und dieses ganze Generve, wie sich da Fußball auch manchmal anstellen, gehört irgendwo dazu und ist auch ein taktisches, dreckiges Mittel, was ich nicht ganz ausradieren will aus dem Fußball. Aber, wenn ein Referee sich dann schon entscheidet, ich gebe jetzt 8 Minuten Nachspielzeit. Was ich ja gut finde, dass wir das in der modernen Zeit haben, dass die Nachspielzeiten deutlich länger sind als, keine Ahnung, jemand liegt 10 Minuten auf dem Boden und dann gibt es 2 Minuten Nachspielzeit und effektiv hat das andere Team 8 Minuten gewonnen. Finde ich schon mal gut, dass wir längere Nachspielzeiten haben. Aber auch unter diesen längeren Nachspielzeiten hat man es immer noch super häufig, dass gefühlt bei 8 Minuten Nachspielzeit vielleicht 3 effektiv gespielt werden. Und um das zu verhindern, dass wenn der Schiri 3, 4, 5 oder 7, 8 Minuten Nachspielzeit gibt, dass wir da wenigstens Zeitspiel ausradieren, dass man da sagt, Netto-Spielzeit. Du sagst wirklich bis zu einem gewissen Punkt, was weiß ich, 5 Minuten Nachspielzeit, die werden netto gespielt, ist der Ball im Aus, wird gestoppt und die spielen wir bis zur letzten Sekunde runter. Wenn jemand noch einen gefährlichen Angriff hat, darf er den natürlich auch noch zu Ende spielen, aber so eliminieren wir dieses Element zumindest in der absoluten Endphase einer Partie. Ich finde, das ist der geilste Kompromiss, weil du hast dieses dreckige Mittel aller Simeone, Mourinho und Co. immer noch mit dabei, auch wenn es uns alle aufregt, es gehört dazu, das macht es auch aus, so ein bisschen Fußball. Aber wenn es dann wirklich ums Eingemachte geht, wenn der Referee nochmal gesagt hat, das gibt es zusätzlich drauf, das gibt es dann netto zusätzlich drauf. Da brauchen wir vielleicht auch keine 8 Minuten Nachspielzeit mehr, sondern nur 5, aber dann haben wir 5 Minuten Fußball zumindest. Ich finde, das ist ein super geiler Vorschlag, man sollte mich direkt befördern, irgendwo in so einer Etage da bei der FIFA viel geile Ideen, denn ich habe gute Ideen meiner Meinung nach. Auf jeden Fall gucken wir jetzt auch nochmal, weil ich gucke so ein bisschen auch über den Tellerrand hinaus, schaue so ein bisschen über See. Wir haben doch auch eine NBA, wir haben doch andere große Sportliegen, warum sollten wir uns da nicht mal was raussuchen? Und das kann der Fußball nämlich von der NBA lernen. Vorschlag Nummer 2. Und zwar komplette finanzielle Transparenz im Stile der NBA. Wir sind im Jahr 2024. Warum ist es nicht möglich, dass man einfach sagt im europäischen Fußball, ey, lasst uns aufhören mit diesen ganzen Gebausche, lasst uns aufhören mit dieser ganzen Intransparent, legt doch einfach alles offen. Das ist sowohl fairer für alle Spieler, es ist viel fairer für alle Fans, die können alles viel besser nachvollziehen. Für die anderen Vereine und auch für die Institutionen, die alles kontrollieren müssen, ist es viel, viel einfacher, Stichwort Bilanzfälschung und irgendwelche Tricks da rein, alles einfach offenlegen. Überall, möglichst in einem zentralen Register, wie in der NBA beispielsweise, da kannst du aufs Sporttrack gehen, ist so eine Seite, du kannst dir jeden NBA-Gehalt angucken, jeden Vertrag. Welche Optionen sind da drin und so weiter. Nicht dieses ganze Gemauschen, dieses ganze Heimliche und drei Jahre später kommt raus, oh, Spieler XY hat 20 Millionen mehr verdient. Und du weißt, die Vertragslaufzeiten, alles einfach transparent. Ich würde das absolut feiern, es ist meiner Meinung nach längst überfällig, dass wir da eine gewisse Transparenz haben. Weil was soll das? Ich finde es ein bisschen lächerlich. Und nein, der und der verdient dann am Ende hier, dann spekuliert man da wieder drüber. Zeitungen schreiben dann irgendwas, dann regen sich Funktionäre auf, dass das ja gar nicht stimmt. Ich finde es alles so ein bisschen lächerlich, sage ich ganz ehrlich. Da sage ich ganz klar, ey, guckt euch die NBA an, die machen das wirklich vorbildlich. Jeder weiß, welcher Contract hat, jeder weiß, welche Option drin ist. Da gibt es nicht diesen ganzen Bullshit und nachher dann irgendwelche Skandale, dass es doch nicht so ist und bla. Sondern alles offengelegt, keine Mauscheleien, nicht dieses ganze sich anstellen, sondern einfach Transparenz. Ist doch auch für uns Fans viel cooler. Also ich finde, das ist längst überfällig, meiner Meinung nach. Das nächste, was auch längst überfällig ist, ist eine Sache, die mich am allermeisten nervt, ist folgendes. Und zwar würde ich das direkt ändern. Die Synchronisation der Liga-Starts. Plus, wenn die Liga startet, muss die Transferphase zu Ende sein. Also erstmal zur Transferphase. Es gibt nichts Nervigeres, als wenn du die Saison beginnst. Und ich meine, ich bin Fan von einem Großverein, deswegen mein Verein betrifft es meistens nicht. Aber stell dir mal vor, du bist ein Fan von einem etwas kleineren Verein. Du hast drei geile Spiele, dein Spieler macht fünf Tore in drei Spielen und zack, wird er weggekauft. Plötzlich bricht dir da was weg. Was soll das? Die Saison hat doch schon angefangen. Warum bleibt das Team nicht zusammen? Warum kann man das nicht endlich mal machen, dass die Ligen am besten auch, klar, du kannst nicht jede Liga synchron starten. Das ist mir schon bewusst, aufgrund der verschiedenen Größen. Aber es muss doch möglich sein, dass die europäischen Ligen in einer, dass die in einer Woche alle zusammen starten. Dass man sagt, vor dem ersten Spieltag jeder großen Liga ist das Transferfenster zu. Und nicht, keine Ahnung, die Liga hat jetzt noch sieben Tage länger offen, hat dadurch einen Vorteil. Die Liga macht dann drei Tage vorher zu. Dann die Liga hat dann bis 24 Uhr auf, die anderen bis 18 Uhr. Was soll dieser ganze Schwachsinn? Kann man dann nicht, wenn man schon unter dem Banner der UEFA ist, einfach sagen, ey, Top-Ligen, guck mal, ungefähr so terminiert ihr es. In der Woche starten wir alle. Da beginnt die Saison für alle. Und für alle ist da das Transferfenster, die zumindest im UEFA, sag ich mal, unter der UEFA starten, ist das Transferfenster zu, fertig, aus, Ende. Reicht jetzt hier. So mit auch jeder, die gleich Voraussetzungen hat. Weil, wenn ich in einer Saison starte, dann ist es doch kacke, wenn ich dann, keine Ahnung, ja, dann verletze ich einen Spieler unnötig, also, unglücklicherweise, das tut natürlich weh. Aber sind wir ganz ehrlich, ein kleiner Verein ist da eh benachteiligt. Wenn jetzt der beste Spieler von Darmstadt sich verletzt, die können nicht nachlegen für 5 Millionen. Wenn sich bei Man United, Juve oder City jemand verletzt, die haben kein Problem, auch 50 Millionen. Je nach finanziellen Situation jetzt bei Teams wie Juve, aber ihr wisst, was ich meine. Die können es sich dann erlauben, nochmal fett nachzukaufen. Und ich finde es nicht cool, obwohl ich Fan eines Großvereins bin und wir davon mehr profitieren als die kleinen. Aber ich bin ganz klar dafür, Saisonstart, Ende des Transferfensters, synchronisierter Liegenstart, somit wir auch den Bullshit nicht mehr haben. Einfach mal eine Einheit in Europa und fertig. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Sache. Ich glaube, hier werden die meisten mir vielleicht nicht zustimmen. Aber auch hier würde ich ganz klar das endlich abschaffen. Die Wintertransferperiode würde ich tatsächlich abschaffen. Sie sollte abgeschafft werden, denn die Wintertransferperiode bevorteilt nur große Klubs. Nur. Ich meine, man hat es ein paar Mal beim FC Genua gesehen, die traditionell gefühlt ihre halbe Mannschaft immer verkaufen. Piatek dreht durch. Und da ist der AC Milan und holt sich den. Beim VfB Stuttgart hatte man die ganze Zeit Angst, dass Guirassi nicht weggekauft wird. Und man hat es immer und immer wieder. Große Vereine können im Winter, wo die Preise eh nochmal deutlich höher sind, gut und gerne auch mal 100 Millionen in einer Winterpause ausgeben. Kein Problem, das schaffen Chelsea und Co. Aber ein kleiner Verein, der ist dann wieder der, der daran tragisch leiden muss. Und das nervt mich so übertrieben. Ich finde, wer im Sommer scheiß Arbeit leistet, wer Missmanagement macht, wer einfach es nicht hinkriegt, einen guten Kader zusammenzustellen, der soll nicht belohnt werden im Winter, dass er das alles ausbügeln kann. Dann hast du halt verkackt. Während kleine Vereine gerade, die gute Arbeit leisten im Sommer oder allgemein, klein, groß ist ja auch egal, einfach Vereine, die richtig gute Arbeit im Sommer leisten, die sollen davon die ganze Saison von profitieren. Finde ich viel, viel besser. Du kannst nicht eben jeden Durchstarter wegkaufen. Du hast es auch viel, viel konzentrierter im Sommer. Ich denke auch, dass allgemein dadurch etwas mehr Planung wieder reinkommt im Fußball, weil viel auch dieser Hypes und Co. vielen Spielern auch nicht gut tut, denke ich. Weil wenn du mal zehn krasse Spieler hast, dann ist die Winterphase und dann zack, bist du weg. Der abgebende Verein hat dann nicht wirklich was von dem Spieler. Das ist doch schade alles. Das ist doch viel, viel cooler. Ich meine, was es hätte, wäre, wenn, ich weiß. Aber ich hätte gerne Benfica, die zu dem Zeitpunkt damals zusammen mit Napoli, die beiden besten Teams in Europa waren, gerne gesehen, was Benfica geliefert hätte, wenn Enzo Fernandes da geblieben wäre. Werden wir nie erfahren. Weil einer der elementaren Spieler ihn einfach abgekauft worden ist. Und hier reden wir von Benfica Lissabon. Das ist schon einer der größten Klubs Europas, aber der ist eben nicht so finanzstark wie beispielsweise die englischen Klubs. Deswegen, Wintertransferphase gehört meiner Meinung nach abgeschafft. Abgeschafft, somit du eine volle Saison mit einer Mannschaft hast, die zum Start der Saison, wie ich vorhin schon meinte, zusammengestellt ist. Das ist das Team von Spieltag 1 bis hin zum allerletzten Spieltag. Davon wäre ich ein Riesenfan. Nicht noch Änderungen und Co., da muss es diese Mannschaft liefern. Trainer und Co. kannst du immer noch entlassen. Dagegen sage ich ja nichts. Aber wenigstens das. Und ey, ich bin immer noch dafür, noch weiter kleine Vereine zu stärken, somit wir vielleicht dann nochmal eine größere Durchmischung haben. Denn die nächste Regel betrifft wieder eigentlich nur große Vereine, die sie einsetzen, während kleine Vereine darunter eigentlich leiden. Und das ist, ich würde die Rückkaufoption verbieten. Die sollte sofort verboten werden. Denn was ist denn das? Ich bin ein großer Verein, ich verkaufe jetzt schon einen Spieler an den kleinen Vereinen. Der hofft, dass dieser Spieler durchdreht, möglichst wertvoll wird. Und was passiert dann? Dann kommt der große Verein und holt sich den einfach zurück. Ja. Aber nicht mal wie bei einer Laie, dass du wenigstens, du zahlst sogar eine Ablösung und dann kommt der große Verein und macht so. Beispielsweise könnte der FC Bayern München rein geschäftlich einen Joshua Zierkse im Sommer zurückholen, wegen der Rückkaufoption. Die brauchen den aber de facto nicht, weil sie Tell und Ken haben und können ihn einfach teuer verkaufen. Der Gearschte, wer wäre? Bologna. Klar, sie hatten einen Zierkse, der gut ist, aber sie werden niemals das volle Potenzial daraus schöpfen können, wenn Bayern München die Option einfach zieht, um ihn zu gelb zu machen. Ein Beispiel war auch damals ein Alvaro Morata, der wollte damals gar nicht zurück zu Real Madrid, aber wegen der Option musste er zurück. Da war Juve sogar der Gearschte, da waren es mal zwei große Vereine. Ich finde es einfach, es ist ein Unding, aber es wird immer normaler, diese Rückkaufoption. Ich finde es schade, weil wenn ein kleiner Verein sich oder ein kleinerer Verein, mittelgroßer, wie auch immer, sich schon mal ein Spieler holt, bereit ist, Ablöse zu zahlen, dann finde ich nicht, dass man da den Big Player noch diese Option lassen soll, denen viel relativ wenig Geld zu kriegen. Ich glaube, bei Zierkse sind es 35 Millionen, wenn man sich die Leistung und das Potenzial von dem anguckt, mit der Statur, die er hat, wo er perfekt im modernen Fußball guckt, ey, das Potenzial bei Zierkse liegt wahrscheinlich irgendwo bei 70, 80 Millionen und da kann Bayern den fetten Schnapper machen. Für Bayern cool, für Bologna, wenn es doof läuft, kriegst du dann halt am Ende deine 30 Millionen, obwohl er mindestens das doppelte Wert ist. Ich bin davon überhaupt kein Fan, das ist irgendwas, was immer mehr, ja, beliebter wird und klar, ich als Juve-Fan denke mir auch, bei vielen, die wir abgeben, ey, bau eine Rückkaufoption ein, weil es einfach für den Vereinen am sichersten ist. Ich würde es auch wirklich instant bei jedem meiner großen Talente machen oder die halt nur per Laie abgeben, aber soll das so sein? Wollen wir wirklich irgendwann, dass, keine Ahnung, die ganzen großen Talente irgendwo hinlaufen und dann per Option zack wieder zurückgeholt werden können? Ich meine, wir haben doch schon so viele Entwicklungen, die immer mehr Konzentration dazu haben, dass du halt nur ein paar Vereine hast, weswegen du immer mehr dominierende Vereine hast und teilweise Ligen hast, die dann über ein Jahrzehnt dominiert werden, Stichwort Serie A, Bundesliga oder Ligue 1, wo du dich jedes Mal freust, ey, heute wird mal jemand anderes Meister. Ich meine, das ist zwar schön irgendwo, aber es ist ja nur schön, weil davor die Jahre jemand 500 Jahre dominiert hat. Und eigentlich sollte es doch so sein, dass wir ein bisschen Abwechslung haben. Ich meine, die Großen, die werden immer groß bleiben, das ist auch okay so, du hast eine gewisse Elite, auch darunter dann nochmal, diese Strukturen bringst du nie ganz weg, aber man muss ja nicht immer mehr Tools haben, um diese Strukturen noch weiter zu festigen. Und deswegen Rückkaufoption, macht es weg, verbietet es. Verbietet es einfach, es schadet nur den kleinen Vereinen und es ist nur ein Tool, was den Großvereinen zugutekommt. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach fünf sehr geile Ideen, sonst hätte ich sie hier nicht vorgetragen. Ich stehe absolut hinter jeder Idee, bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Gerne in die Kommentare ballern, euer Wilosch meldet sich ab. Wie gesagt, in einer Woche circa kommt eine Art Part 2 dazu. Da gehe ich mal ein bisschen die Strukturen der europäischen Ligen und Co an, da könnt ihr schon mal gespannt sein. Ich glaube, das zweite Video wird auch deutlich kontroverser, weil da kann ich mir vorstellen, dass viele auch sagen, nee, das finden sie scheiße, aber werden wir dann ja sehen. Ich finde nach wie vor meine Ideen super, sonst würde ich auch kein Video machen, wie ich den Fußball verändern würde. Wäre ja auch scheiße, wenn ich mir denke, die Ideen sind so lala, da wollen wir mich hier nicht hinsetzen. Aber gut, ich labere schon zu viel. Euer Wilosch meldet sich ab und abonnieren nicht vergessen. Bye, bye.